Das Deutsche Wissenschaftliche Institut der Steuerberater wurde im Jahr 1963 in Berlin gegründet, um die Steuerberaterinnen und Steuerberater bei der täglichen Berufspraxis zu unterstützen. Ein besonderer Service des DWS-Instituts ist der Gutachtendienst. Dieser erstellt ausführliche, unabhängige Steuerrechtsgutachten auf höchstem Niveau und nimmt Stellung zu konkreten steuerrechtlichen Zweifelsfragen und Problemen. Ordentliche Mitglieder des DWS-Instituts sind die Bundessteuerberaterkammer und alle 21 regionalen Steuerberaterkammern. Daneben können auch Steuerberater, Steuerberaterinnen und andere natürliche Personen, die auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft, der Betriebswirtschaftslehre oder der Finanzwissenschaft tätig sind, als ordentliche Mitglieder aufgenommen werden. Unterstützt wird das Institut bei seinen Aufgaben von den wissenschaftlichen Arbeitskreisen Steuerrecht und Berufsrecht. Die Stellungnahmen zu den für die Berufspraxis relevanten Grundsatzfragen des deutschen Steuerrechts sowie des Berufsrechts der Steuerberater erarbeiten. Auf dem jährlichen Symposium stellt das DWS-Institut ein steuerrechtliches Thema der Fachöffentlichkeit vor. Auch zu aktuellen Themen und Tendenzen des Berufsrechts veranstaltet das Institut einmal im Jahr eine wissenschaftliche Fachtagung. Die aktuellen steuerrechtlichen Themen und die Ergebnisse des Symposiums greift das DWS-Institut in einer Schriftenreihe auf. Für gebündelte Kompetenz im Zentrum Berlins sorgen das DWS-Institut, der Verlag des Wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater GmbH und die DWS-Steuerberater Online GmbH. Besuchen Sie uns auf www.dws-institut.de www.dws-institut.de